Der Handschuh von Friedrich Schiller Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen im schönen Kranz. Und wie er fingt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum mit langen Gehnen und schüttelt die Mähnen und streckt wie Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie er den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und reckert die Zunge und im Kreise scheu umgeht er dem Loi, grimmig schnurrend. Darauf schreckt er sich murrend zur Seite nieder und der König winkt wieder, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Loi mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird still und herum im Kreis von Mordsucht heiß lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Altrans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Läuen mitten hinein. Und so Ritter Delorges, spottender Weiß, wendet sich vor einem Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr ihn geschwört zu jeder Stunde? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festen Schritten und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit kecken Fingern. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehnt die Ritter und Edelfrauen. Und so gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick. Er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn vor dem Kunigunde und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht und verlässt sie zur selben Stunde.